So, jetzt haben wir gleich mal einen Kaffee geordert. Jetzt hoffen wir mal, irgendetwas Spielbaus kommt. Mal viele Herzen bitte. Mehr. Eins ist keins. Ja, kanns. Das Spiel, das kannst du vergessen. Ja, sehr wichtig da hinten. Ja, mach weiter. Ja. Nein. Ich bin jetzt endlich mal auf Vollreihe. Wo ist jetzt der beste Lauf bei dem Spiel? Ja. Ja. Ich bin jetzt ganz einfach mal mit. Los, weil ich es einmal wieder hab gespült. Ja. 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 Wenn du verlängert, darf ich ihn neu ausholen. Glaube ich. Sollte ich ja verlängern. Ja. 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 Schade. Ja. 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 Passt schon. Ja. Ja, das Spiel läuft gut. schon wieder 18 vielleicht wollte ich jetzt einmal den Hohen aus Branddolfinkumpel wieder nicht wo war er? da unten hat es verlängert aber nicht schön und jetzt hat es ein 2.200 und auf geht's jetzt habe ich gleich 100 ich bleib drauf, weil wir kriegen noch Freispulchancen jetzt nehmen wir so, jetzt haben wir es schon wieder ich glaube, wir fit sind oh, 10er war jetzt einmal gut vielleicht muss ich ein bisschen mal kommen ja, so nicht auf geht's ja, Vorbild Wald oder so jetzt hat es, ja ja schön jetzt muss ich schon mal noch einen Schluck trinken jetzt hat es Beil draus auf geht's ich bleib auf ein längere Nommel das Elend nur länger hochschauen muss auf geht's du hast jetzt schon auch die Spülte nichts zahlt ja, kurz geht's mal wenn er nicht zahlen will oh, die Weile braucht er jetzt ja, ich lasse ihn einfach laufen sicher schön ist gelb das ist noch mal das ist noch mal ichそれは dann ich glaube, die Ja fast. Ähnlich. Das ist Hitler, dass er ja nichts sagen muss. Na ja, da haben wir mal gespannt. Also jetzt hat er eigentlich immer gute Kombis gebracht. Vielleicht gibt er es jetzt in die Freispiele auch. Das würde ich mal hoffen. Aber jetzt wird er wieder ein sehr großes Kino machen, wie immer. Aber rein haben wir schon. Mal war es nicht sehr früh. Ja, schön. Ich glaube, das kann ich nicht mehr sehen. Ich glaube, das kann ich nicht mehr sehen. Ja. Es geht auf jetzt. Auf geht's. Wir haben noch sechs Spiele. Jetzt meine. Was ist? Soweit ich spiele eigentlich jetzt. Ich kann es gar nicht stoppen. Na ja, immerhin. Und von wo aus. Jetzt werde ich gleich einmal ein bisschen was reinlassen. Jetzt haben wir es auf 20 Cent, aber ich fahre nochmal mit. Weil ich es noch nicht gehabt habe. Ja. Ja. Ja, ich kann es auf sich… Ja. 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 Ja, ich kann es noch mal. Auf geht's, raus damit, bitte, so, ich schlag dich zusammen, naja, oder, oder, oder geraden dort, aus, oder, oder? Untertitelung des ZDF, 2020